Aus Protest gegen ein Pressefest der NPD haben mehrere hundert Bürger eine Menschenkette zwischen Pasewalk und Viereck in Mecklenburg-Vorpommern gebildet. Politiker, Kirchenmitglieder und Vertreter anderer Organisationen nahmen an der Aktion teil. Die NPD-eigene Zeitung Deutsche Stimme hatte hunderte Anhänger nach Viereck eingeladen. Nach der Aufdeckung der Mordserie der rechtsextremistischen Terrorzelle NSU hat auch die Diskussion um ein Verbot der NPD Auftrieb bekommen.